Moinsen und herzlich willkommen zu einem neuen Ticket Tutorial. Heute, ich habe eine Anfrage gekriegt, also ein Tutorial-Wunsch von jemandem, der von irgendeinem Video, was weiß ich, von irgendeinem englischen Let's Player gesehen hat, wie er, oder amerikanischen, wie er mit dem Mod Logistic Pipes oder logische Rohre, oder logistische Rohre, Items von einem Lagerraum sozusagen anfordern kann. Also, dass er einfach so das Rohr hat und so dann irgendwie sagt, wie viel er haben will und was, anfordert und dann kommt es an. So, und das wollen wir heute mal machen. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Es geht, also man kann da ganz, ganz viel zu sagen. Das ist ein wirklich ganz schön komplexes System, was man damit bauen kann. Das ist recht interessant, aber heute geht es halt nur um das Anfordern. Dazu braucht ihr bestimmte Sachen und zwar folgendes. Ihr braucht einmal das logistische Basisrohr, das logistische Bestellrohr, das logistische Versorgungsrohr, ein Logistic Power Junction, eine Truhe, ich habe in dem Fall eine Crystal Chest benutzt, dann braucht ihr irgendwelche Minecraft Jewel von was auch immer. Ich habe hier in dem Fall mal die Magmatic Engine und ein bisschen Lava Zellen. Dazu braucht ihr einen Schraubenschlüssel oder eine Wrench von Buildcraft. Also die hier aus Eisenzahnrad, also Steinzahnrad und Eisenbarren. Und irgendein ganz normales Buildcraft Rohr. Ich habe in dem Fall ein goldenes Transportrohr benutzt, weil die schön schnell sind. Und dann hätten wir auch schon mal alles. Da hinten habe ich das schon mal ganz stumpf gebaut. Ich werde das gleich mal ein bisschen einzelner erklären. Jedenfalls, wenn ich jetzt hier mit dem Schraubenschlüssel rechtsklick drauf mache, dann haben wir jetzt hier ein Fenster, wo ich jetzt sagen kann, was ich haben möchte. Zum Beispiel, ich möchte, ich muss mal das dazu machen, ich möchte die Mixed Metal Ingots. Und davon möchte ich, sagen wir mal, drei. Requesten wir die? Okay, gucken wir mal. Wow, den Kopper habe ich natürlich vorher schon ausprobiert, also nicht wundern. Gut, das bauen wir jetzt einfach mal nach. Also, als erstes haben wir unser Lagerraum, wie ihr den gestaltet müsst ihr selber wissen, wie ihr die Items dazu sortiert oder so. Das wird jetzt nicht erklärt. Also es gibt auch eine Möglichkeit, damit einzeln Items zu sortieren. Ich mache das jetzt einfach so, als wäre das eine Mischkiste, wo halt alles drin ist, was wir haben. In dem Fall sind das einfach mal Goldbahnen und Goldwerkzeug. Hopp. So, und ja, dann geht's los. Als erstes brauchen wir ein logisches Versorgungsrohr. Das kommt hier ran. Als nächstes müssen wir das Ganze mit Goldkabeln verbinden. Das logische Versorgungsrohr ist halt einfach nur dafür da, was rauszuholen, je nachdem, wie die Information kommt. Dann brauchen wir noch neuerdings, das war früher nicht so, Strom dafür. Und zwar geht das über ein logistisches Basisrohr, in dem Fall. Die haben auch eine andere Nutzung, da komme ich gleich drauf ein. Und ich sag das gleich mal. Als erstes jedenfalls der Strom. Dazu schließt sie dieses Logistics Power Junction an. So, und da kann man noch sehen, wie viel drin ist. In dem Fall jetzt hier mal die Magnetic Engine und ein bisschen Lava reinpumpen. Gucken wir mal, ja, ist voll. Gut, dann fängt die an, hier was zu produzieren. Und das ganze Netzwerk hier bekommt Strom. Gut, wenn ich jetzt mit dem Schraubschlüssel rechtsweg drauf mache, dann kann ich hier Requested Items reinstellen. Und damit könnte ich zum Beispiel einstellen, was hier durch darf und was nicht. Und wie was reinkommen soll und so weiter. In dem Fall hier natürlich nicht. Das soll ja einfach alles durchkommen. Hier ist er nur für den Strom jetzt. Weil nur diese Rohre den Strom aufnehmen können. Bis jetzt sind das die Einzigen, die ich gesehen habe, die den Strom aufnehmen können. Weil sich ja hier automatisch verbindet das Rohr. Hier nicht. Hier auch. Äh, hier auch nicht. Äh, also macht man das am besten mit dem hier. Gut, das Ganze machen wir dann hier weiter. Führen wir mal schön lange Item-Dingesen lang. So, dann stellen wir uns hier unsere Tour hin, wo wir die Requested Items hinhaben wollen. Und dann das Bestellrohr. Gut, das Bestellrohr ist da. Normal rechtsklick bringt hier nicht viel. Ihr müsst immer den Schraubschlüssel dabei haben und rechtsklick drauf machen. Und schon sehen wir, was wir hier so schönes haben. 320 Goldbahnen, goldene Schwerte. Mann, kannst du jetzt mal abhauen. Schwerter oder was auch immer. Jetzt könnte ich jetzt hier zum Beispiel draufklicken. Plus kann ich hier nicht. Doch, plus kann ich auch machen, aber es würde nicht viel bringen. Es gibt dann auch noch plus plus. Da kann ich gleich, da kann ich immer 10 einstellen. Ey. Oder plus 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 plus, da haben wir gleich einen ganzen Stack. Also recht nützlich. Der Rest hier kann ich gerade mal nicht sagen. Jedenfalls, wenn wir jetzt auf Request klicken, requesten wir die, jetzt ist sie hier nicht mehr drin. Lock, weiß ich nicht, aber ihr klickt dann einfach OK. Und schon habt ihr eine goldene Spitzhacke in eurer Requested Truhe. Also könnt ihr, das könnt ihr dann mit einem ganzen System machen. Ich weiß nicht, ob das direkt so geht. Das können wir jetzt mal ausprobieren hier. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Versorgungsrohr anschließe und hier nochmal eine Truhe. Und dann sagen wir, ja, was könnte man sich da schönes holen. Zum Beispiel hier haben wir Schienen drin. Hochgeschwindigkeit, Hochgeschwindigkeit, nochmals Hochgeschwindigkeit. So, und jetzt hier mal gucken. Dann sieht man, ich kann mir das rausholen. Das heißt, ich könnte da ganz, ganz viele Toren anschließen und mir das so anfordern. Hier zum Beispiel, ich möchte vier von diesen Hochgeschwindigkeitsübergangsschienen. Request, OK. So, und schon, wupp, sind sie drin. So, so würde das funktionieren. Ich hoffe, das war hilfreich. Vor allem, äh, der Typ, der das von mir wollte. Ähm, ja, wenn's hilfreich war, gebt mir bitte ein Like. Das würde immer helfen. Ihr könnt das favorisieren, verbreiten, etc. Und, äh, ja, das war eigentlich alles. Also, bis dann. Tschüss.